Hallo Leute, hier ist euer Pitbull. Ich will euch mal ein Lesatorial zeigen, weil ihr immer fragt, wie geht das mit dem Hund und bla bla bla. Das zeige ich euch jetzt mal. So Leute, das Programm heißt FaceWig, wisst ihr Bescheid. Das kostet bei Steam, könnt ihr das kaufen. Kostet das Programm, wartet genau, kann ich euch genau sagen, 15 Euro. Das weiß ich jetzt genau, weil ich es mir geholt habe. Hier 14,99 Euro, also 1 Cent ist ja Wurst, kostet das. So Leute, wenn ihr das Programm dann habt, geht es gleich weiter, das zeige ich euch kurz. Da geht ihr hier rein, nicht unter Spiele, sondern unter hier Bibliothek, Software, geht ihr bei Facebook rein. Zack. Starten wir das Ding einfach mal, und dass ihr es sehen könnt, das ist jetzt FaceWig, Leute. So geht auf Launch. So, da sind wir auf Launch jetzt, komm, laden ein bisschen schneller. So, da habt ihr jetzt hier einen Hund, zum Beispiel jetzt, ne. Dann habt ihr noch, ihr könnt hier die Zunge machen, bäh, wisst ihr Bescheid, Leute. Mit der Zunge. Dann geht ihr hier oben drauf, zack. Hier drauf, Avatare. Dann habt ihr hier, habt ihr jetzt zum Beispiel einen Frosch. Einfach mal einen Frosch. Ihr wollt das Frosch rumrennen oder sonst irgendwas, weiß ich schon nicht. So, jetzt ein Frosch. Dann habt ihr hier den Waschbär. Ist auch mit am Start, hier könnt ihr euch bewegen. Mit der Cam, ist das verknüpft alles. So, dann habt ihr hier irgendeinen Teufel oder was sein soll. So, dann habt ihr eine Katze. Ihr könnt viel Mist mit diesem Ding machen, also mit diesem Programm, es ist echt richtig geil. So, hier habt ihr die Eisprinzessin oder was sein soll, keine Ahnung. Dann habt ihr den Typ. Hehe, ich bin Laserman. So, dann habt ihr hier eine Dame. Na, wie geht's euch? So, dann habt ihr hier einen Drachen. Den Drachen habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, weil den erkennt man wirklich. Ach so, nicht schlimm. So, dann haben wir hier die. Na, meine Freunde. Dann habt ihr hier von Rotkäppchen den. Na, meine Freunde. So, dann habt ihr hier einen Wolf. Das ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Ich habe hier einen Husky drin. Dann habt ihr den. Den kennt ihr auch von vielen Streams bei anderen Leuten. Dann haben wir die. Ein Bürger können wir sein. So, dann kann man hier diese Kreatur sein. Genau was sein soll. Dann kann man hier die Wirtin nehmen. Dann kann man hier den Krug nehmen und trinken. Na, andere Seite geht's natürlich auch. So, dann habt ihr hier das. Da könnte ein Tiger sein. Dann ein Geburtstagsgeschenk. Hallo, meine Freunde. Oder Weihnachten, je nachdem. Ein Schneemann könnte sein. Irgendwas anderes. Keine Ahnung was sein soll. Alles wie so ein Bär. Keine Ahnung. So, dann habt ihr das sein. Na, meine Freunde. So, jetzt könnt ihr hier Assassinen sein. Schau einfach das Assassinen. Mehr sagst du so. Ja, das könnte Assassinen sein. Dann könnt ihr ein Hase sein. So, dann könnt ihr hier das sein. Das. Das. Ein Engel. Hehe. Amo. Ein Rotzer. Ich sag das war Rotzer. Dann könnt ihr ein Clown sein. Na, meine Freunde. So, dann könnt ihr hier das sein. Eine Oma. Ein Husky wie ich bin. Dann das. Eine Eule. Das. Ich hab ein bisschen schneller Leute. Dann habt ihr hier. George Washington. Dann habt ihr das. Weihnachtsmann. Irgendein Star Wars Kreator. Dann habt ihr das. Bin ich nicht süß. Dann könnt ihr der sein. Ich komme wieder. So, dann könnt ihr das sein. Ihr könnt Dinosaurier sein. Ihr könnt das sein. Und ihr könnt ihr das sein. Ein Design. So Leute. Jetzt habt ihr es mal so ein bisschen gesehen. Jetzt zeig ich euch mal was ihr alles machen könnt. Wir nehmen jetzt einfach mal jetzt zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal den Wolf. So. Dann habt ihr den Wolf hier ne. Den könnt ihr anpassen. Zum Beispiel Fell könnt ihr anders machen. Die Augenfarbe könnt ihr anders machen. Machen wir jetzt mal hier die Augenfarbe jetzt. Zack. Seht ihr die Augen? Hey bin ich nicht schön. So. Rechte Augenfarbe. Genau das selber. Dass ihr es mal so sehen könnt. Und. So. Da habt ihr das. Ihr könnt das Fell verändern. Leute. Wie ihr sehen könnt. Ihr könnt das Fell verändern. Die Fell helle könnt ihr verändern. So. Das. Mehr ins schwarz rein. So. Dann könnt ihr Objekte hinzufügen. Die zeige ich euch jetzt auch noch. Also. Jetzt könnt ihr euch jetzt kurz eine Mütze aufsetzen. Na. Wir setzen einfach eine Mütze auf. Zack. Hat eine Mütze auf. Skala. Heißt. Die wird größer. Zack. Zum Beispiel so. Passt aber nicht wirklich drauf. Seht ihr ja selber gerade. Dann können wir hier. Die Mütze weiter runter. Zack. Dann steht sie in der Horde. Dann könnt ihr Steigung machen. Ihr könnt sie drehen. Dann könnt ihr. Ach. Ich könnte vieles machen damit. Zack. Einfach so. Dann könnt ihr hier ein Prob hinzufügen noch. Und setzt dann einfach. Macht dann einfach eine Zigarre im Mund. Also in den Mund rein. Zack. So. Dann könnt ihr auch ein bisschen größer machen. Die Zigarre hier. Bam. Ich bin voll der Kocher. So. Dann könnt ihr hier. wirklich sehr sehr viele Zeug machen. Mit diesen Dingen. Es ist wirklich sehr sehr enorm. Was ihr damit machen könnt. So. Steigerung. Brauchen wir nicht. Machen wir so. Zack. Zack. Setz mal richtig rein hier. Und habt dann einen Footballer. Leute. Einfach nur einen Footballer. So. Dann könnt ihr aber auch hier das nehmen. ZZ. Das passt zum Beispiel jetzt gar nicht. Machen wir mal kurz entfernen. Und machen nochmal. Neu. Weil es passt mich grad gar nicht drauf. So. Dann habt ihr hier das Headset. Jetzt so ne. Das hängt da hinten. Wollen wir ja nicht. Wir bauen uns ein bisschen größer. So. Dann macht ihr es so. Dann könnt ihr es noch verschieben. Wie ihr wollt. Ihr könnt es rollen. Ihr könnt das einfach steigen lassen. Zack. Wie ihr sehen könnt. Ihr könnt die X-Achse drehen. Hier. Ob das es so ist. Ein bisschen weiter runter. Oder weiter hoch. Je nachdem wie ihr es wollt. Leute. Ihr könnt den Brillen aufsetzen. Ihr könnt mit denen viel Scheiße bauen. So. Machen wir das mal weg wieder. Und setzen jetzt mal eine Brille oder irgendwas auf. So. Bei der Brille ist es zum Beispiel so gemacht. Nehmen wir mal die zum Beispiel. Zack. Habt ihr eine Brille auf. Ihr seht das sie nicht richtig drauf sitzt. Ne. Könnt sie größer machen. Könnt sie kleiner machen. Könnt sie rollen. Könnt sie steigen. Hier. Könnt sie drehen wie ihr wollt. Ne. Die Brille passt da jetzt gar nicht. Seht ihr ja selber. Zack. Ihr müsst die da dort rein machen. Dann muss hier die X-Achse ein bisschen weiter rüber gedreht werden. So. Und dann das ein bisschen weiter runter. Dann habt ihr eine Brille auf. Seht ihr das. Das ist doch schön oder. So. Dann könnt ihr hier. Ihr könnt hier. Mehreres Zeug hinzufügen. Da ist eine Krone aufsetzen. Jetzt muss ich mal eine Krone auf. So. Jetzt hat er eine Krone auf. Könnt ihr größer machen. Das ist auch. Okay. So machen wir die jetzt. Dann hat er eine Krone auf. Passt aber noch nicht ganz. Guckt mal richtig hin. Weil die. Krone sitzt da hinten irgendwo fest. Und sieht ein bisschen blöd aus. Deswegen weiter runter. Und ein Stück weiter vor dachte ich. So. Das ist ein bisschen so. Nach was aussieht. Wird das so gemacht. So. Ihr könnt wirklich sehr sehr viel Zeug machen. Was ihr wollt. Leute. So. Hier habt ihr zum Beispiel hier. Mehr schlecht. Das. Ne. Es gibt doch viel mehr. Mit der Zunge. Könnt ihr hantieren. Seht ihr das hier. Mit der Zunge. Und und und. Ihr habt wirklich genug Möglichkeiten. Sowas zu machen. Dann zum Beispiel. Seht ihr das hier. Bei OPS. So. Machen wir kurz OPS an. OPS. Machen wir kurz rüber ziehen. OPS. Kommen wir drüber. So. Bei OPS. Jetzt zum Beispiel. Machen wir jetzt mal das. Ähm. Wo haben wir es denn. Wo ist denn mein Lieblingshund. Mh. Hier. Machen wir kurz die Bildaufnahme. Mh. Ne. Ist hier der gerade nicht schade. Ist aber nicht schlimm. Mh. Mh. Hier. Hast ihr den Hund hier. Der Hund jetzt hier drin. Hapt ihr den jetzt. Könnt ihr ihn größer ziehen. So. Erstellter Hund den ihr wolltet. Oder Wolf oder je nachdem. Was ihr habt. Hier könnt ihr ihn jetzt hier. Einfach runterziehen. Der könnt ihn hier hochstecken. Könnt damit scheiße bauen. Juuuii. Juuuii. Wisst ihr bescheid Leute. Wir können wirklich sehr sehr viel mit diesem Programm machen. ich feiere das programm echt die bis der richtig geil das programm so da habt ihr das auf jeden fall dann leute dann gehen wir wieder rein da ihr müsst wirklich jetzt hier oben alles einschalten ich sehe das müsste eigentlich ein podcast umschalten da vorher seht ihr das nicht bei eurem podcast bevor das an ist sag ich euch gleich das müsst ihr anmachen dass eure hier lippen haben das alles nachmachen dass ich mit der stimme mitgeht das müsst ihr auch machen das ganz ganz wichtig ansonsten funktioniert es ne leute so das haben wir das gerne mal zu der rein wie gesagt mit solchen leuten könnt ihr winken und so ein zeug aber mit den hunden und so geht es nicht als bürger dann würde ich sagen war es mein kleines tutorial wenn ihr noch fragen haben solltet schreibt mir es in die kommentare ich hoffe euch hat das kleine tutorial gefallen und dann bis später leute euer pitbull tv leute ciao ciao